Es ist die Grundform des Einspielens zu dritt eigentlich und es geht einfach um ein paar Armzüge mit Richtungsschlagen. Und die ersten fünf Angriffe laufen so ab, dass ich meine Ausrichtung auf Luisa habe, das heißt beide Füße zu ihr, Körper zu ihr, als ob ich auf sie schlagen würde und dann ziehe ich aber mit der Schulter rüber, okay, und schlage auf die Gina. Fünfmal über die Schulter angreifen, danach wird gewechselt. Du ziehst jetzt gerade, öffnest zwar mit rechts, aber mit links zeigst du schon, eigentlich dein Arm streckt sich schon in die Richtung. Sei einfach nur hier so, als ob du wirklich auf sie schlägst und dann ziehst du hier so rüber. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020